Lol, kann es sein, dass du eine Runde bis jetzt in deinem Leben DPS gespielt hast? Ja. Einen Lol. Und das war... Bruder, ich hab drei Jahre gebraucht, bevor ich mal DPS gespielt hab. Ja. Das war sogar, da hab ich hier das Phil reingenommen. Lol. Phil Collins. Woah. Michael.